recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter wir sind in folge 354 von simo trans und zwar das mit dem pack 128 german ja da hat man letztes mal die straßenbahn hier geguckt dass sie ein bisschen gleichmäßig sich beladen und da müssen wir weiter schauen was damit dieser linie ist ich bin immer noch der buslinie da nicht so wohl gesonnen dass die der buslinie der zuglinie nicht so gesonnen dass die da so schwierige transport möglichkeiten hat vielleicht machen wir das so dass wir wirklich die züge hin und her fahren lassen und gucken was da jeder einzelne zug für kapazitäten brauchen also momentan gefällt mir das so nicht diese regionalbahn die da fährt die doppelzug wagen sind das glaube okay da würde ich sagen schauen wir erst mal nach dem intro weiter bis gleich so da schauen wir mal da oben kommt ein zug rein aber das ist nicht der den ich brauche wer ist der ist auch verkehrt ja wir sind hier am fahren mit zügen die jetzt wo sind keller war gerade einer hier stehen so folie ist kein personen zug dabei hier ist auch keiner sie ist schon alleine dass das die jetzt wahrscheinlich alle an der gleichen stelle irgendwo rumgurken ist schon komisch da haben wir schon das problem sozusagen jeden fährt jetzt erste personen so geht sie die frage ob der nach da fährt oder sogar nach hier fährt erst mal hält er ja an hält auch an einer sehr interessanten stelle an habe ich gerade gesehen oder können wir jetzt wohl nichts dran machen erst mal der fährt auch noch nach hier weiter da kommt der erste der jetzt im gegenverkehr liegt mit 335 passagiere der wieder jetzt immer weniger obwohl er relativ voll ist ich habe fast die vermutung dass es sinn macht die züge zwischen den einzelnen bahnhöfen welche fahren zu lassen also hier hinten zum beispiel da ist es ja ganz krass jetzt ist hier zum beispiel keiner stehen hier den passagiere hadexen platinstraße wollen da welche stellt sich gerade die frage ob hier noch ein bus werden ja die kommen alle irgendwoher wollen alle irgendwo hin so das bedeutet wir machen wir erstmal dass das war hier unten noch mal schauen wir bestehen denn hier die richtung hadexen wollen wir oder das ist schifffahrt riedenburg ist hier vor ort hadexen 87 passagiere schiff schiff 2 da sind hier nämlich nicht ganz so viele der fahrt immer von die züge immer hin aber so viele brauchen da gar nicht hin meine ich so dann überlegen wir da mal also hier braucht gar nicht so ein großer zug hin zwischen diesem bahnhof und dem da unten müssen wir schon mal was machen dann würde ich erstmal sagen machen wir erstmal eine linie zug neue linie und zwar riedenburg nach also warte mal warte mal wir machen das so über dem anderen jetzt mal langsam hadexen stahlwerk nach riedenburg so schuss haben wir und mir erscheint es so als ob da auch ein zug reichen würde an einer kleineren größe der fährt da okay das passt aber noch gucken wir da mal rein ich würde so einer machen doppelt und fertig er hat jetzt 114 passagiere ich glaube mehr sind da gar nicht die dahin und her transportiert werden müssen vielleicht noch nicht mal doppelt erstmal einfach wir können ihn ja auch doppelt machen indem wir nachher noch aufstocken personenzug suchen pz hadexen stahlwerk riedenburg da ist es und starte den mal noch kein fahrplan vorhanden ok da haben wir Mist gebaut müssen wir nochmal auf die linie hadexen stahlwerk riedenburg da fahrplan ist hier und dann nach da und fertig und starten jetzt kann er das gut und ach ne die linie hätte ich gerade auflassen können machen wir neu auf jetzt müssen wir aber die große linie nehmen und dann nehmen wir den letzten halt raus die über industrie den werden wir jetzt den fahrplan ändern riedenburg rathaus fliegt raus also das müssen wir da wegnehmen hadexen stahlwerk sollen sein fahren hadexen baumstoffhandel hadexen chemiewerk hadexen riedenburg raffinerie ölfeld das ist das sind die industrien hadexen 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 ja jetzt müssen wir den mal gerade hier so gucken lassen und schauen ob der da nicht hin fährt 320 bei hdx und stahlberg alt die wollten alle nach riedenburg können sie jetzt nicht müssen jetzt hier aussteigen oder der fährt noch mal dahin hin weil ich zu spät gemacht habe alle steigen aus so und jetzt ist hier riedenburger riege 278 und 42 hdx im baustoff handel ist die andere richtung dann passt das erstmal so da kommt unser kleiner schnuckliger zug der jetzt gleich voll ist 278 42 aber das ist dann so jetzt werden natürlich erstmal ordentlich hingeschaufelt wie man sieht hier steht schon der nächste der vielleicht mit den passenden leuten kommt oder ich kriege ihn jetzt gerade nicht an die strecke da ist er über hdx stahlberg mehr geht ja nicht mehr weil die letzte runde ist ja schon klar die haben wir rausgenommen aber das ist erstmal alles noch richtig so jetzt kriegen wir hier natürlich erstmal eine wust weil gerade alle fünf züge kommen wo sind der kleine jetzt wahrscheinlich hier im untergrund 114 auf ausfahrt so wo ist er war der schon bahnhof weiter muss jetzt drehen und fährt weiter weg glaube ich ja passt der ist erledigt so er fährt schon wieder wo ist er denn jetzt also okay der muss die ausfahrt da haben ist jetzt auch nicht so prickelnd ausfahrt für den wir natürlich besser in die andere richtung gewesen aber das liefern sagt bahnhof lassen uns haben wir nachher wieder ein chaos und er fährt so weit rum der da auch hier drehen können oder nicht und fährt er da lang steht keiner die schleife ist dann wohl über oder wie ja wie schnell fährt er denn überhaupt maximal 120 okay das geht aber jetzt müssen wir hier aufpassen dass das nicht wächst dann können wir nämlich doch noch einen dabei holen im moment würde ich tatsächlich sogar sagen brauchen wir das wir stehen denn hier jetzt in die andere richtung also via menge war schon richtig ne intern sind die hier stehen jetzt doch schon 587 das ist weil da gerade ein schiff angelegt hat wahrscheinlich 589 glaube mit den 114 kommen wir vielleicht nicht unbedingt hin aber ist ja kein ding dann machen wir jetzt noch einen zweiten zug darauf lassen wir mal schnell kommen mehr noch so ein und dann kriegt die gleiche strecke wie der letzte und starten so raus ja das ist eine straßenbahn die gerade dass er ist aber noch unterwegs da hinten ich will hoffen dass dieser zug jetzt der hier gerade frisch rauskommt ein bisschen schafft an wege strecke noch dass er am stahlwerk lädt während der dahin ist aber der ist schon da hinten also bedeutet wir machen das mal so dass wir hier in dem fahrplan gehen dann bleibt er stehen und warten bis der dann angekommen ist weil wenn die ziemlich gleich fahren ist es erstmal nicht so doller ich glaube den kümmer gerade mal weiter laufen lassen ein stück weil der hat schon geladen sogar dann warte erst dann warte erst bis der da drin ist so dass es blaue ist immer bis zum nächsten signal bis der frei ist das ist die gesamte strecke bis zum nächsten halt der müsste jetzt gleich dann da sein erwarten wir erst bis er wirklich geladen hat wo er fährt oben rein hat den halt er auch da eigentlich eigentlich müssen wir jetzt einen bein stark so machen dass von da keiner rein fahren kann sondern dann fahren die auch noch wieder nee nee das bringt auch nichts das bringt auch nichts so jetzt können wir den anderen auffahren lassen weil beide jetzt vom bahnhof los fahren dann passt das gut dann wollen wir hoffen dass das ein bisschen sich entspannt da müssen mal gucken wie es wird ich denke mal für die folge soll es aber auch erstmal reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei bis zum